Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die Känguru Verschwörung. Ja, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, ist das der zweite Teil der Kängurusaga. Im ersten Teil ging es ja mehr so um Nazis, Rechtsradikalismus und so weiter. Im zweiten Teil geht es halt so um Verschwörungstheorien, Theoretiker etc. pp. Die Hauptstory ist einfach wie simpel. Muss unser Kollege mit seinem Känguru, die Mutter von Maria, davon überzeugen, dass der Klimawandel existiert, obwohl sie absolute Klimawandelleugnerin etc. pp. ist. Aber er möchte alles daran setzen, weil er sonst seine Wohnung verliert und dann halt sich eine andere Bleibe suchen muss mit seinem Känguru. Was mit einem Känguru auch nicht so einfach sein wird. Also fahren sie zu der Mutter von Maria hin und was sie sehen ist, dass sie einen Vortrag hält und absolut dagegen ist, dass der Klimawandel existiert. Ja, so kann man die Story zusammensetzen ohne, beziehungsweise zusammenfassen ohne die Story zu spoilern. Es kommen auch ein paar neue Charaktere da ins Spiel, zum Beispiel ein Benno Führmann. Den kenne ich ja persönlich noch als junger Schauspieler von der RTL-Serie und Tschüss. Aber mittlerweile ist er ja schon ein bekannter, erwachsener Schauspieler und die Rolle, die er spielt, ist auch sehr interessant, denn er hat in dem Film ein TV-Format und versucht da natürlich auch so ein paar interessante Informationen zu streuen, sage ich jetzt mal so. Aber es ist nicht der Einzige, der da auch so seine Finger im Spiel hat. Aber wie gesagt, da möchte ich nicht zu viel spoilern. Der Film ist mit seinen 136 Minuten nicht lang. Er hat ein gutes Erzähltempo, lässt die Charaktere von damals wieder auftreten, also der wichtige Teil des Castes ist dabei, was ich immer sehr gut und auch sehr wichtig finde bei einer Fortsetzung. Und natürlich werden auch den neuen Charakteren den Platz gegeben, den sie brauchen. Das kann man so groß und ganz zusammenfassen. Was man natürlich auch sagen muss, ist natürlich, irgendwo ist es natürlich auch ein bisschen derselbe Film mit einem anderen Thema. Natürlich hat das Känguru natürlich auch wieder seine Sprüche drauf und macht natürlich auch wieder allen möglichen Unsinn, was natürlich den Film auch immer wieder in andere Nebenhandlungen auch schon mal lenkt, was den Film natürlich dann auch wieder so ein bisschen in eine andere Richtung bringt, aber doch dann wieder zurück auf den Hauptpfad. Was natürlich den Film auch manchmal sehr gut tut, weil die ganze Zeit immer nur die eine Story zu haben, ist manchmal bei so einem Film nicht unbedingt notwendig und lockert den Film dadurch auch ein bisschen dann auf. Ja, das ist das, was man so grob zu in dem Film sagen kann. Die ganze Sache ist natürlich sehr interessant. Ich finde es interessant, dass auch ein deutsches Studio es mittlerweile kriegt, gute Animationen hinzukriegen, denn das Känguru sieht nicht schlecht aus, auch weiterhin sieht das nicht schlecht aus und auch ein gutes Motion Capture hinzukriegen. Es ist ja mehr oder weniger vielleicht schade, kann man sagen, aber andererseits ist es auch gut, dass es für eine Komödie verwendet wird und nicht für, sage ich jetzt mal, für einen Action-Krabum-Puff-Peng-Film, obwohl ich glaube, da könnten sich wir Deutschen und auch die Filmemacher aus Deutschland einfach mal ein bisschen mehr trauen, weil es sieht gut aus. Das Känguru sieht weiterhin gut aus, also da kann sich die deutsche Filmszene einfach mal ein bisschen mehr trauen. Natürlich, muss man dazu sagen, wenn das nötige Budget auch vorhanden ist. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille. Und wie ich den Film bewerte, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, kurz zusammengefasst. Der Film macht Spaß. Auch wenn es mehr oder weniger ein ähnlicher Film ist, nur mit einem anderen Thema. Was aber nicht unbedingt schlimm ist. Denn das Thema wird auch genauso wie beim ersten Teil so auf die Spitze getrieben, so übertrieben gemacht. Das ist einfach lustig. Und genau das will der Film auch sein. Der nimmt alles überspitzt aufs Korn und genau so soll es sein. Genau das ist das, was der Film haben möchte und haben soll. Das Känguru ist gut animiert. Das sieht weiterhin top aus. Das ist super. Der Motion Capture ist gut von dem Känguru. Die Witze, ja. Wenn einem diese Art von Humor gefällt, passt der auch hundertprozentig. Aber wie gesagt, man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr trauen können. Somit gebe ich dem Film vier von fünf toten Köpfen. Weil der Film hätte sich vielleicht ein bisschen mehr trauen können. Vielleicht auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen die Story feilen können. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Filmspaß für die ganze Familie. Und das ist doch auch das, was der Film sein soll. Ja, und ich war diese Woche auch in zwei Filmen drin gewesen. Weil nächste Woche kommt Dragon Ball im Kino und ich bin dem Franchise nicht vertraut. Und zig Dragon Ball Staffeln durchzugucken plus zig Filme, Animationen, dies, das und so, das werde ich in dieser kurzen Zeit nicht schaffen. Deswegen gibt es nächste Woche die Filmbewertung zu den Film-Biest. Jäger ohne Gnade. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedergrillen!